Hallo, herzlich Willkommen bei Andis Kinderzimmer und herzliche Grüße von Elfriede und Lissi. Wir haben uns kurzfristig entschlossen, Grüße zu dir in dein Kinderzimmer zu schicken. Wir haben nämlich heute Nachmittag die ersten Bildergeschichten bekommen. Genial! Und wir haben uns wirklich gefreut, eure Bilder anzugucken, waren total begeistert und baff, wie kreativ ihr geworden seid. Und wir dachten, wir müssen euch einfach einen kleinen Gruß schicken, damit ihr wisst, wie wir uns freuen. Ihr seid echt genial. Wir haben mitgekriegt, dass ihr Spaß habt in euren Familien, dass ihr in den Kinderzimmern fleißig schafft. Das freut uns total. Und wir haben vor, morgen im Lauf des Nachmittags schon mal einen Teil von den Fotos zu veröffentlichen. Da gibt es also die erste Story morgen im Lauf des Nachmittags. Unser Tipp, abonniere unseren Kanal, dann bekommt ihr eine Meldung, wenn das Video veröffentlicht ist. Und wenn ihr das einstellt, dann bekommt ihr sogar extra eine E-Mail geschickt von unserem YouTube-Kanal, dass ein neues Video online ist. Und das ist auch ganz geschickt, weil wir arbeiten schon am nächsten Projekt, am Projekt Nummer 2. Aber dazu erst später mehr. Jetzt erstmal freuen wir uns auf die Fotos von Projekt 1. Aber keine Eile, wir haben noch Zeit bis Dienstagabend. Und dann freuen wir uns, wenn wir ganz viele tolle Fotos von dieser wunderbaren biblischen Geschichte haben. Okay, soweit. Liebe Grüße in dein Kinderzimmer. Tschau! Tschüss! Tschüss!